Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 15. August 2022. Ein Fels, der aussieht wie etwas Zuckerwatte, hat sich zu einem begehrten Treffpunkt entwickelt. Bei diesem Felsen handelt es sich um eine Klippe auf Istanbul, die wie etwas Zuckerwatte wirkt. Das ist eine der drei berühmten Stellen auf Istanbul. Professor Jennifer, Expertin für Felsen, die wie etwas Zuckerwatte aussehen, vermutet, die Leute suchen diesen Ort auf, um ihren Geist zu erfrischen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Da krieg ich glatt gute Laune. Wann wird diese Geschichte denn ausgestrahlt? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Kids Mini-Marker. Der 15. August war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.